Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich online kostenlos eine Schufa-Auskunft beantragen kann, wenn man hier seinen aktuellen Score zum Beispiel für eine anstehende Baufinanzierung einmal ermitteln möchte. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal müssen wir auf die Webseite meine-schufa.de gehen. Das ist die offizielle Webseite der Schufa und hier kann ich jetzt mal ganz nach unten scrollen und hier sehen wir auch schon die Datenkopie, was einfach diese kostenlose Auskunft ist. Und hier muss ich mal auf zum Formular klicken. Auf der nächsten Seite gibt es hier auf der linken Seite wieder Datenkopie, wo ich jetzt auch noch einmal draufklicke. Nun wird ein letztes Mal versucht, dass wir hier noch meine Schufa kompakt bestellen. Das Ganze ist natürlich nicht kostenlos und meiner Meinung nach, diese Version nur Sinn, wenn man zum Beispiel seine Auskunft öfters als einmal im Jahr benötigt oder das Ganze wirklich so schnell wie möglich braucht. Ich habe jedoch keinen Zeitdruck, weswegen ich auch zwei Wochen ruhig einmal auf meine Auskunft warten kann. Und aus diesem Grund entscheide ich mich hier für die Datenkopie, welche auch kostenlos ist. Und da klicke ich jetzt einfach mal auf Bestellen drauf. Danach sind wir auch schon beim offiziellen Formular, wo ich meine persönlichen Daten einmal noch alle eingeben muss. Wichtig, überall wo ein Stern vorhanden ist, muss natürlich auch das Feld ausgefüllt werden. Wenn wir alles ausgefüllt haben, können wir hier optional noch eine frühere Adresse bzw. einen zweiten Wohnsitz angeben. Und hier unten könnten wir jetzt noch zum Beispiel eine Kopie vom Personalausweis oder auch vom Reisepass uploaden. Das Ganze müssen wir jedoch nicht machen, weswegen ich diesen Schritt jetzt auch einfach einmal überspringe. Und hier unten müssen wir noch den Sicherheitscode hier auf der linken Seite richtig eingeben. Wenn wir das auch gemacht haben, hier unten einmal auf Weiter bestätigen. Zum Schluss werden mir nochmal meine eingegebenen Daten angezeigt. Und wenn ich diese überprüft habe und sie passen, dann klicke ich einmal auf Absenden drauf. Und anschließend dauert es jetzt bis zu 14 Tage, bis das Ganze per Post in meinem Postkasten landet. Und somit haben wir unsere Online-Schufa-Auskunft jetzt auch schon kostenlos beantragt. Wenn du dir jetzt übrigens das beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und auch eventuell hiervon etwas zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geöffnet hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.